Da kommen die Apachen. Okay, komm direkt auf uns zu. Bleib entspannt. Zwei Schinken-Burger mit Fritten bitte. Rollen. Danke. Ein paar Bananen mitgebracht. Geh zu deinem Therapeut, okay? Du schießt ja schon den ganzen Tag hier mit deinem Anfänger. Quatsch mir nicht voll, verpiss dich einfach. Warum Anfänger? Warum jetzt Anfänger? Habt ihr was gesagt, okay? Warum nennst du mich Anfänger? Sehe ich aus wie ein Anfänger oder was? Ist okay? Lass das Auto in Ruhe. Ich strahle es aus. Verpiss dich jetzt, okay? Ich hab keinen Bock auf dich. Du lass das Auto in Ruhe. Bleib doch mal locker jetzt. Verpisst euch vom Auto. Entspann dich, mein Kleiner. Alles gut. Der Typ ist eingestiegen. Der Typ steigt ein. Hörb jetzt, Mann. Bleib doch mal locker jetzt. Verpiss dich jetzt. A'sacki! Sacki, A'sacki bade. Klar, ja.